Skisport, Polizeisport, sie geht auch. Anfangen und dann mit einem eingesprungenen Rittberger, was auch immer, ganz egal. Kommen wir zu dir meistens mehr Mädels oder mehr Bursch? Wir kommen mehr Mädels, soweit wir im Training mittlerweile aussuchen. Da wird schon der Polizeinachwuchs gesucht. Kommen wir zu. Hallo, was können die Jugendlichen da genau machen? Wer bist denn du? Ja, mein Name ist Friedrich Spores, ich bin Landessportleiter für Olympische Pistolenbewerbe. Okay, schießen ja Österreich sehr viel Tradition und da will man eben Jugendliche motivieren, vielleicht anzufangen damit. Es ist ein olympischer Sport und man beginnt natürlich mit der Luftpistole, mit dem Luftgewehr. Und die Jugendlichen können so ab dem 6. bis 7. Jahr schon anfangen mit dem Training. Wie viele Vereine gibt es eigentlich in Kärnten? Ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. In Kärnten gibt es um die 60 Vereine und es gibt um die 1000 aktive Sportler. Dann hoffe ich, dass es noch mehr werden. Sag danke und heute noch viel Erfolg. Danke. Danke.